Wir sind so, so, so froh, dass wir Nathalie heute als Tamala bei uns hatten und DJler kamen. Das war so ein perfekt abgestimmtes Team. Ich bin einfach, ich kann nicht oft Nathalie genug Dankeschön sagen. Sie war immer für mich da, hat immer direkt geantwortet, super Rückmeldung gegeben. Immer wenn ich kurz vor dem Nervenzusammenbruch war, weil das so viel zu organisieren war, hat sie mich echt gut runtergeholt, hatte voll den kühlen Kopf bewahrt und war einfach eine Top-Moderatorin, wirklich. Ich habe so viel tolles Feedback auch von meiner Familie und Verwandtschaft bekommen, dass die Moderatorin einfach richtig, richtig klasse war, wirklich. Dem kann ich nur zustimmen, auf jeden Fall. Dem kann ich nur zustimmen.